Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video, herzlich willkommen auf unserem UpTrend Kanal. Mein Name ist Daniel und heute, heute gehen wir ins Gaming. Ja, da haben wir noch nicht so viel darüber berichtet, weil der Markt natürlich riesengroß ist. Aber jetzt haben wir möglicherweise ein Game für dich, das definitiv vom Use Case, wo ich zum späteren Verlauf drauf komme, aber vor allem auch durchs Team und die Advisor ordentlich punkten dürfte und vor allem an Sichtbarkeit ordentlich zulegen dürfte. Es geht um Moon Gaming und was Moon Gaming eben genau können soll und vor allem um welches Spiel es im Detail geht, weil das ist quasi, also die bringen mehrere Spiele raus, das erfährst du jetzt direkt im Video und bleib da gerne auch bis zum Ende mit dabei, weil wir geben dir da auch so unsere Einschätzung, was wir vermuten, wie sich das Spiel eben entwickeln wird. Aber jetzt eben erstmal die komplette Zusammenfassung, was wir recherchieren konnten. Was möchte jetzt Moon Gaming genau? Moon Gaming möchte schlichtweg den kompletten Gaming-Markt revolutionieren. Wie soll das Ganze passieren? Indem die Rewards, also die Belohnungen, die du fürs Spielen erhältst, nachhaltig ausgeschüttet werden. Das ist jetzt aber nicht alles, weil Moon Gaming hat zum einen in der Sichtbarkeit sehr, sehr starke Sympathisanten, wodurch die Sichtbarkeit einfach extrem entstehen wird. Zum anderen aber auch das Team, was dahinter steckt, hat halt eine unglaubliche Erfahrung, was den Gaming-Sektor allgemein betrifft. Und um dir das jetzt ein bisschen näher zu zeigen, teile ich dafür jetzt einfach mal den Bildschirm. Ja, den ersten, den wir hier sehen, ziemlich bekanntes Bild, Karl Runefeld oder eben auch Karl The Moon. Spätestens durch Custer dürfte er da definitiv ein Begriff sein, wo er eben Custer immer wieder in seinen Videos angesprochen hat. Ja, an der Stelle sei jetzt mal als Side-Fact erwähnt. Ja, durch seinen Namen ist Custer weltberühmt geworden. Ob jetzt da aber die ganzen Investoren auch wirklich mit großartigen Profiten rausgehen konnten, das sei an der Stelle mal dahingestellt. Was an der Stelle aber definitiv nicht fraglich ist, das sind seine zwei Millionen Follower, die eben über die verschiedensten Social-Media-Kanäle entstehen oder bestehen, also egal, ob es YouTube, Twitter, Instagram und Co. ist und die natürlich ein sehr, sehr starkes Marketing-Instrument bilden. Das ist jetzt aber noch lange nicht alles, denn der nächste ist, und an der Stelle sage ich gleich dazu, ich hoffe, dass ich da jetzt hier gerade alles richtig ausspreche, Engin Altan Düziatan. Ich habe es, glaube ich, richtig. Der ist zum einen Co-Owner, aber damit nicht genug, er bildet auch wiederum das Gesicht der Hauptfigur von dem Spiel Medial Empires, über das wir jetzt eben sprechen. Ja, er hat selber eine TV-Serie, also an der Stelle erwähnt, ich kenne diese Sendung nicht. Die nennt sich Dyrilis Ertogrul. Jetzt mag vielleicht der eine oder andere die nicht kennen, aber diese Sendung, und jetzt bitte festhalten, wurde unter anderem in 39 Sprachen übersetzt und bis heute über 9 Milliarden, 9 Milliarden Mal angesehen. Das ist meine Ansage, und das gibt natürlich auch immens Reichweite. Jetzt ist das eine eben durch die zwei Herrschaften schon mal die Sichtbarkeit, die hier sehr stark gegeben ist, aber das Ganze geht jetzt noch weiter. Dass das Team einfach unglaubliche Erfahrung schon im Gaming-Sektor hat. Und ich werde jetzt hier nicht tiefer drauf eingehen, aber wenn du dir einfach mal das komplette Team zurate ziehst, was hier im Pitch Deck genannt ist, da kann man schon mal so weit das Ganze stehen lassen. An der Stelle sei es erwähnt, wir werden jetzt nicht tiefer auf den boomenden Gaming-Markt und vor allem das Potenzial, was da langfristig noch wachsen kann, hinausgehen. Aber es ist halt echt Wahnsinn, was da für Wachstumspotenzial gerade genau in diesem Gaming-Sektor liegt. So, und jetzt mal zum Kern. Um was geht es denn jetzt bei Medial Empires? Also, ich bin nicht mehr so tief im Gaming-Sektor drinnen. Wir sind uns allerdings von Uptrend sicher, dass dieses Spiel durchaus Suchtfaktor hat. Wir sprechen hier über ein Strategiespiel, was wiederum im Mittelalter spielt, was sich allerdings massiv von bisherigen Spielen abhebt. Da gibt es mehrere Faktoren dazu. Also, ein wesentlicher Faktor ist definitiv die Tatsache, dass sich die In-Game-Thematik immer wieder verändert. Also, das heißt, alles beruht auf historischen Ereignissen und so kann es turnusmäßig zum Beispiel sein, dass andere Kolonien die eigene angreifen. Oder, dass neue Kontinente dazukommen und dadurch natürlich wiederum hier mehr Bewegung dann eben dementsprechend auch entsteht, immer wieder neue In-Game-Thematiken passieren. Dazu kommen dann natürlich wiederum auch noch NFTs und natürlich in diesem Zuge auch Play-to-Earn-Thematiken, wo du wiederum Geld mitverdienen kannst. Und ja, man erinnere mal an Age of Empires und Co., die vor ein paar Jahren definitiv brachialen Suchtfaktor hatten oder World of Warcraft. Und die hatten definitiv diese Thematiken noch nicht inbegriffen. Weil du darfst nicht vergessen, wenn sich im Gameplay was ändert, dann kann das natürlich auch sein, dass du dich zum Beispiel mit anderen Spielern zusammenschließen musst und da in Echtzeit zum Beispiel gegen andere Kolonien ankämpfst, weil da dann zum Beispiel in dem Fall gerade ein Angriff stattfindet. Das Ganze geht dann aber auch noch weiter. Es wird dann exklusive NFTs geben, zum Beispiel Ringe als Beispiel, wo du wiederum dann exklusiven Zutritt zu Offline-Events hast. Und natürlich wird es da dann wahrscheinlich auch so sein, dass es Ringe gibt, die sind mehr wert oder weniger wert. Das heißt, du kannst dich dann wiederum auch offline auf den Events von anderen Spielern abheben. Und dies wird natürlich alles in allem noch zu einer viel stärkeren Bindung mit der Community sorgen. Zum aktuellen Zeitpunkt Seed Sale Phase ist fast abgeschlossen und wiederum das TGE wird im August 2022 sein. Die Open Beta Version, die wird dann im März 2023 folgen. Also alles schon in greifbare Nähe. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass uns gerne einen Daumen hoch da, abonnier gerne diesen Kanal und aktivier die Glocke, dass du keine wichtigen Infos verpasst. Wir werden an der Stelle auch nochmal versuchen, vielleicht einen Founder da ins Interview mit reinzubekommen oder eben jemanden aus dem Team, um da noch so ein paar offene Fragen zu klären. Alles in allem sehen wir das Projekt auf jeden Fall sehr, sehr spannend an. Schreib da auch gerne mal in die Kommentare, was deine Meinung dazu ist. Und wenn du noch Bock hast auf noch ein bisschen mehr Live-Content, dann schau nochmal in die Description und komm in unsere kostenfreie Telegram-Gruppe, wo wir eben noch zusätzlichen Content geben. In diesem Sinne, bis zum nächsten Video. Alles Gute. Wir sehen uns. Ciao.